Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge von Windblown. Hier, immer noch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, wie ich hier weiterkomme. Kann ja nicht sein, dass ich jedes Mal wieder zurück zur Arche gehen muss, weil ich hier nichts mehr erledigen kann. Daher gucken wir uns aber sowas von alles an hier, was man machen kann. Ich habe das Gefühl, ich habe jeweils etwas übersehen. Und das würde ich nicht so geil finden. Ja, komm. Bitteschön. Mal hoch. Ähm, was will ich denn? Gib mir das hier. Ja, shit. Aber es ist okay. Wir haben hier eine Q-Bomb. Oh, je, je, je. So. Stark. Und erledigen. Ist doch alles easy hier. Guck mal. Ähm, Heavy Blade Level 3. Okay. 254 DPS. Ja. Nehmen wir aber sowas von mit, du. Aber sowas von. Follow the Wind. So. Was ist hier los? Hm. Lass mal oben zuerst gucken. Was ist denn hier? Da unten? Ja, ich weiß auch nicht. Also, lass erst mal das Zeug da, die Muscheln holen. Da. Okay. Zack. Aua. Easy. Okay. Sonst nix. Gut. So eine zusätzliche Belohnung schadet doch nie, oder? Muss ich mich halt noch heilen? So, jetzt bin ich wieder full life. So. Das ist doch angenehm. Jesus. Ja. Hehehe. Was ist das hier? Bomb Level 3. Ja. Doch. Nehme ich mit. Recycle. Das sind wir auch mit. Das sind wir auch mit. Ähm, ne. Braue ich nicht. Bin zufrieden mit den Waffen, die ich hab. Aber was ich hier machen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Naja, ab zur Zip Line. Jesus. Äh. Ja. Ah, ich hab's. Äh. Äh. Hey, 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 hey. Hier wird nicht zugeschlagen. Hier wird kein Damage gemacht. Okay. Ich da wieder hier. Ja. Ich hätt einfach Damage machen müssen. Ah, ne Combo. Oh mein Gott. Ich bin so dumm, wirklich. Hier. Ach, der Scheiße. Wow. Ich bin so dumm, wirklich. Unlock Crystallize. Weaken a strong target until the signal appears. Then press L2 to execute them and collect their vital essence. Doing so will occasionally create Memonites. Okay. Yes, Baby. Warum bin ich so dumm? Warum? Das würde ich ja gerne wissen. Würde ich wirklich gerne wissen. Komm. Komm. Sehr gut. Jesus. Hehehe. Bam. Wie viele noch? Ja, keiner mehr. Okay. Ein Boost. Äh. Shells looted. Ähm. Trinkets refill faster. Oder Attacks. Ja, mach mal Attack Speed. Plus 10%. Was hab ich hier? Trinkets. Geil. Okay. Follow the wind. Okay. Dieses. Okay. Oh, das war nice. Das wollte ich zwar gar nicht, aber war trotzdem nice. Memonite Dust. Wohin bring... Ah, die Zip... Bring mich beide Ziplines an den gleichen Ort. Okay. Okay. Ach, du heilige Scheiße. Okay. Ja, dann hab ich den Execute nicht gemacht. Aber ist okay. Attack Speed plus 15. Damage plus 5%. Attack Speed. Komm. So ein bisschen Heilung wär jetzt mittlerweile auch nicht mehr so schlecht, ne? Easy. Ist das mit ihm da? Ach, du heiliger. Okay. Execute that motherfucker. Für 300. Ne Level 3. Naja, ne. Will ich nicht, ne. So, was haben wir hier? Ach, du heiliger. Okay. Gut. Ja, meine HP. Langsam aber sicher. Wird's kritisch mit denen, ne? Langsam aber sicher. Wird's kritisch mit den HP. Ach, scheiße. Ah, komm, jetzt bin ich tot. Ja, okay. Oh, schade. Ja. Das ist... Das ist doof. Skip. Okay. Kann ich denn was Neues machen? Doberf enough cocks? Of course not. Ne, haben wir nicht. Äh, 130. Backstab Damage plus 25%. Ja, komm. Why not? Ähm. Was kann ich bei dir sonst noch so machen? Also. Huh. Kann ich hier noch was machen? Memory Database. Burn or Explode. Oh, okay. Aber da brauch ich 5 von den Dingern. 18. Damage plus 40% Ergänzung. Oh, das ist aber krass. Das Zeugs kann ich immer noch nicht freischalten. Könnte ich das hier irgendwie machen, oder? Ich weiß nicht, wie ich wieder an die Wappen kommen kann. Guck mal, jetzt hatte ich letztes Mal hier das Heavy Blade, aber... I don't know. Na ja. Dann gehen wir doch morgen in eine neue Expedition. Komm. Ähm. Ich sag danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.